Hallo und willkommen zurück bei Splinter Cell Chaos Theorie, oder... ja. So, jetzt müssen wir erstmal hier unten lang gehen. Da oben waren jetzt zwei Freaks. Hier ist noch ein Hof. Ich glaube, wir gehen erstmal zu den Freaks. ...mögliche Gefahren eliminieren, muss mögliche Gefahren eliminieren. ...zwei Personen gesichtet. Jetzt wissen wir es wohl mit Sicherheit... ...muss fennig denn. Scheint, als wäre Lacerda schon lange weg. Wir werden versuchen, ihn durch Ekelon aufzuspüren. Macht hier um ihn keine Gedanken. Und wir halten dich auf dem Laufenden. Gut, muss fennig denn. Klicken, 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 klicken. Ich will ihn messern. Alter, was soll der Scheiß? Stirb! Alter! Ich kann doch nicht einfach aufstehen. Kommt er jetzt... Warte, von wo bin ich gekommen? Medikit! Let's go! Von wo bin ich gekommen? Von da, ne? Bin ja ohne Licht gekommen. ...klo. So. Gucken, liegt hier noch irgendwo was? Aha! Munitioner! Ah, aufheben, Granate. Siehste? Umgucken lohnt sich. Und Medikit. Oh, wir haben eh nur so ein ganz kleines Witzelchen verloren. Können wir wie oft benutzen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, ich glaube, da unten wären wir ansonsten rausgekommen. So. Zwei Feinde gesichtet. Muss zwei Feinde eliminieren. Oder? Zwei oder ein? Nee, an die erinnere ich mich nicht. Sie hat angerufen, Mann. Wir gehen zusammen essen. Erde sie ins Rags aus für ihr Mann. Rags. Das ist doppelhaft. Für mein Baby ist nichts zu teuer. Cool. Aber was? Meinst du, dass ihr Geld braucht, bis wir verkneten bekommen? Ja, und jetzt geht er einfach weg. Oh, Mann. Bleib mal stehen. Es ist brav. Fein. Ich glaube, die Sicht war besser. Nein, nein, nö. Ich muss seinen Kopf treffen. Wir gucken mal, ob es in den Haaren funktioniert. Down. Das sah lustig aus. Nee, zu risikoreich. Muss leiser sein. Muss Headshot geben. Down. Feind vernichtet. Das ist gerne im Hof. Keine Feinde mehr zu sehen. Au. Alter. Von so einem kleinen Sturzfeld ich leben? Ernsthaft? Der lebt jetzt noch, ne? Ja. Warte, die Schlucht ist jetzt zu weit weg. Der steht doch sonst nachher wieder auf. Der habe ich jetzt ja nur betäubt. Auf jeden Fall, was habe ich mehr Munition? 30. Oh, zwei. Den, den wir machst. Jetzt bist du aber tot, ne? So wie dein... Das sieht man jetzt gar nicht mehr. Da. Ist ganz kalt. Bist du auch tot, ne? Ja, bist du. So. Hier, ein Generator, den wir wieder deaktivieren können. Umschalten und kaputt machen. Kaputt. Hups, jetzt ist er kaputt. Kann ja auch nichts für. Eigentlich schon. Hier sind überall Fenster. Ach, hier kommen wir nur zur Treppe. Oder? Zur Treppe. Und die führt uns... Ach hier. Bei unserer... Da vom Hof sind wir gekommen. Und der Hofeingang... Müsste irgendwo anders rausführen. Egal. Will ja so nicht rumgehen. Doch hier müsst... Hier führt er raus. Was war hier gerade? Ach so, aufheben Objekt. Ja, hier führt der Gang raus. Genau, genau. Kiste ist gescannt. Ist hier wohl schnü? Hier unten ist nichts mehr, ne? Ne. Kommen wir hier aufs Dach rauf? Ja, schön. Da ist wieder ein Fenster, oder? Ne, warte. Da geht's, glaub ich, nicht weiter. Ach ne, da geht's ja noch weiter. Coole Rolle. Dies ist der Server, auf den der Techniker dieser Hörprotokolle übertragen hat. Versuche darauf zuzugreifen. So. Was hast du uns zu sagen? Guter Mann. Warum hast du Morgan Holt gefoltert? Äh, 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 Lacerda. Äh, der Algorithmen. Irgend so ein Computeralgorithmus. Was will ein zweitklassiger kronistischer Revolutionär mit einem Computeralgorithmus? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht einmal Lacerda selbst weiß das. Vermutlich hat uns jemand angeheuert. Wie kommt's? Ich weiß nicht. Lacerda. Er hat eine Menge Geschäfte gemacht. Irgendwas geht davor. Ich weiß nur nicht was. Ich weiß. Aber du weißt nicht, mit wem er gesprochen hat. Nein. Dann hab ich auch nicht länger verwendet für dich. Sein Sie gnädig. Bitte. Ich hab Ihnen alles gesagt. Bitte. Für... Guck'n wir mal, ob wir ihn... So, ich glaub' wir haben ihn nicht umgebracht. Guck'n wir. So, hier. Computer benutzen. Computer abschalten. Benutzen wir ihn mal. Gute Arbeit. Das hat alles gelöscht, was Sorgen auf den Verladen haben könnte. Okay, wer das durchdurchlesen will, muss Stop drücken. Es war kein Problem, deinen kleinen Einzug wie einen gewöhnlichen Speicherfehler aussehen zu lassen. Keine Sorge. Wir geben dir nur die besten Werkzeuge in die Hand. Geht nicht runter. Ja, Musik. Komm, ich muss den Turm aufdrehen. Gibt's nix? Gibt's nix? Fenster? Wir sind hier in der Burg. Hier springt man nicht auf Fenster. Sie sind das aufgaben. Wir wissen, was nicht nervös. Immer als kleiner in der Hand. 82 verschwinden die Amerikaner. Mein Vater war in der Abente. Als ihm klar wurde, dass wir nicht mehr gewinnen konnten, wird er uns mit einigen seiner Männern, unsere Familie, in die Gebärden machen. Die Amerikaner haben uns eines nahes eingebaut. Wir haben eines Gebitters. Wir haben eines Gebitters wie diesen. Die Amerikaner haben uns mit der Dunkelheit zugeschlagen. Wir konnten sie wieder hören, noch sehen. Sie stimmten ihren Beschuss mit dem Rhythmus des Donners ab. Und die Totenkörper fielen in der Dunkelheit nieder. Mit jedem Blitzschlag gab es mehr Leicht. Wie konntest du das überleben? Sie verschonten Frauen und Kinder. Nein, die Amerikaner sind keine schlechte. Aber seit dieser Nacht jagt mir jeder Donnerschlag Amstag. Jetzt jagst du mir auch Amstag. Ich weiß. Wir werden beschossen. Ja, verdammt, es tut das weh. Haben wir dafür nicht eine Granate bekommen? Geh mal auf, du hast keine Chance. Sind sie tot? Ah, da ist er ja. Ach, Alter, so schnell gehen wir tot? Ach shit, ich hab nicht auf die Lebensanzeige geachtet. Restart. Ja, Mission fehlgeschlagen. Mendo. Ja, fortsetzen. Also jetzt sind wir... Oh, nö. Oh, ne, ich muss öfters speichern. Das gehen wir gar nicht erst nach oben. Aber da ist Munition. Und da ist die Granate. Ähm. War ich jetzt schon zu laut? Digga, das kann doch nicht sein. Und irgendwie... Äh... Geht... Geht gerade gar nichts. Ja, irgendwie leckt das gerade total doll. Wieso? Hilfe, kann ich zielen? Muss aber zielen. Und... Verstärkung. Mit Mitleid erregend. Ja. Weißt du überhaupt, wo ich bin? Ja, weißer. So, jetzt brauche ich das verdammte Medikit da oben. Hm. Na gut, jetzt gehe ich doch noch da oben. Dann werfe ich die gleich gleich... Die beiden Typen da unten gleich am Anfang mit einer Granate ab, bevor ich raufschieße. Und wenn, dann ziele ich besser. Nein, ja. Ey, ich stehe so im Licht nicht. Hier, hier nicht. Hier sehen die mich so vor. Äh... Shit. Nein, nicht festhalten. Runterspringen. Nicht gleich krepieren beim Runterspringen. Nur Runterspringen. Die ist auch hell. Ach, hier ist es dunkler. Sitze. Eigentlich müsste ich nur ans Medikit geben, aber wenn die aufwachen... Hmm. 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 Vielen Dank.